Schachtelhut, blauer Hut. Ich glaube, mehr Hüte gibt's nicht. Nein, Leute, das ist eine Riesennummer. Ihr werdet's nicht glauben. Das haben wir besprochen. Das darfst du nicht sagen, außer steht ein Gabelstapler vor der Tür. Gabelstapler! Wow! Ich weiß, hammergeil, oder? Oh mein Gott, ich will den fahren! Wir hatten ausgemacht, was wir als erstes damit tun. Wow, also so sehen die Dächer von Autos aus. Los geht's, Schrittgeschwindigkeit! Guten Tag, Ma'am. Ihnen auch einen guten Tag, normaler Mann. Es fällt keinem auf. Äh, wie ist das Wetter da unten, du kleiner Idiot? Seine Hose ist runtergerutscht. Wir sagen's ihm noch nicht. Daran, wie ich laufe, könnt ihr alle sehen. Ich lauf die ganze Zeit, denn ich kann richtig gehen.